Yo, was geht meine lieben Soccer Junkies, euer Anu bis wieder hier und ja wie einige schon von euch erkennen werden, ja, ich hab mich mal darauf eingelassen, weil ich im Moment, ja, ich weiß nicht, ich will aus diesem Alltagstrotz mal ein bisschen raus, mal ein bisschen neue Spiele entdecken und so, also mach ich mal eine Experimentierwoche, was haltet ihr davon? Also ich hingegen finde das ziemlich nice und da ja viele Hearthstone spielen, dachte ich mir, gut, schaust es dir mal an, ich hab bisher noch nichts begonnen, wie ihr sehen könnt und wollte mit euch gemeinsam starten, mal gucken, was dabei rauskommt. Ein neuer Herausforderer, es ist Jaina Prachtmeer, die Magierin. Wer nimmt diese Herausforderung an? Oh, die Plage Elvins, Hogger der Knoll, kommt her, kommt her. Okay, ich weiß nicht, wie interessant das für euch jetzt wird oder ob ihr Spaß daran habt, aber ich bin hingegen noch ein ziemlicher... Ich brauche Diener, die für mich kämpfen. Ja. Also, fertig, 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 okay. Nun zumindest hat er diese Runde keine Karte ausgespielt. Ha, ha, Mude. Ein Zug. Ein weiterer Diener, hervorragend. Ich hab keine Peilung und ich weiß auch nicht, ob das Ganze jetzt... Ihr seid genau da, wo ich euch haben will. Ob das Ganze denn lustig wird oder so. Achso, ich soll's nicht angreifen. Exzellent. Was? Zwei Karten? Er hat wohl eine aufgespart. Aber offensichtlich... Soll ich einen Gnoll angreifen oder Hogger selbst? Der Schaden reicht nicht aus, um meinen Diener zu töten. Fünf Angriff? Das Ding ist riesig. Ich kann entweder den Riesengnoll ausschalten oder seinen Meister angreifen. Schade, ich glaube, ich glaube, das... Ihr seid mein nächstes Ziel, Hogger. Also, wenn ich Fehler hier mache, verzeiht's. Eine Zauberkarte. Sie kann nur einmal verwendet werden, also sollte ich sie überlegt einsetzen. Die Stürme war jetzt lustig. Das war's. Oh, eins zu. Okay, ich mach's. Jetzt auch nicht mehr, ne? Zurück ins Verlies mit euch, Hogger. Oh, ich guck das Ohr. Jaina gegen Milhouse-Mannersturm. Milhouse! Das wird so schön. Jaina, macht euch bereit für einen Kampf mit dem mächtigen Milhouse-Mannersturm. Den Gegner kann ich doch jetzt schon nicht mehr ernst nehmen. Was? Ich wollte anfangen. Das war's. Das war's. Was für ein Diener ist das denn? Ein Neurolog? Wahahahaha! Ohohohoho, diese Karte ist der Wahnsinn! Wartet nur, bis ich ein wenig mehr Mana habe. Wenn's noch so weit dazu kommt, ne? Ach, mein Mana ist wieder hergestellt. Was? Was? Plus 1 Angreif. Hört auf mich anzugreifen! Ich will dieses Spiel gewinnen! Nö, was kann ich? Noch ein Mana! Aufgepasst! Das wird euch gefallen! Ohohoho! Passt auf den Schnurrbart auf! Hahahaha! Das wird euch gefallen! Das war's! Wartet nur, bis ich 10 Mana habe! Wartet nur, bis ich 10 Mana habe! Das ist der nächste Diener, bis ich 90 Mana habe. Tschüss! Alle müssen! Das ist der Muna gewinnen! Das ist der Muna-Karte. Die Muna-Karte. Das ist er in der in der nächsten Runde. Also mein Muna-Karte. Dein Muna-Karte. Ich bin auch noch mal. Warte mal. Dieser Diener wird in der nächsten Runde bereit sein. Oder bin ich bei mir. Jena, auf euch wartet nur das Verdarben! Na, da bin ich aber mal gespannt. Schnell und stark zuschlagen! Na ja, klar, dass Milhouse nix drauf hat. Ihr werdet von meinen Anlegten hören! Von meinen Anlegten hören! Mann, Milhouse! Das ist ja fast so gut wie der echte. Ja, dann lass mich noch die Runde spielen. Jena gegen Lehrensucher Joe! Oh, Jena! Freut mich, euch zu sehen! Lehrensucher Joe? Zeigt mir, was ihr gelernt habt. Ich werde euch nicht schon. Hahaha, gut, gut! Ich bin vielleicht nicht so geschickt mit Schwert und Bogen, doch habe ich viele Freunde. Ja, dann komm her, du Feldknoll! Ja, legen wir schon! Ja, dann komm her, du Feldknoll! Sauberkarten sollte ich mir echt bis zum Schluss raus bewahren. Ein einziger Schadenspunkt kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Ich zöle euch Respekt. Warum hat er etwas selbst gemacht? Nehmt das! Das war's! Das war's! Okay! Ich weiß! Das war's! Hm. Ich glaub das war ein bisschen rum. Ich glaub nur so ein bisschen. So als nur darf man. Äh äh. Nehmt das! Nehmt das! Für den Moment. Erst schlage ich eure Truppen, dann euch! Die Kräuter Karten. Schnell und stark zuschaden! Oh, ihr seid ganz schön mächtig! Ich habe neue Freunde kennengelernt. Die sowohl heilen als auch kämpfen können. Hat jemand den Arzt gerufen? Nichts. Nehmt das? Ich habe keine Rolle. Und was? Ich bin nicht. Und was ich bin. Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu Bauchschmerzen. Krieg sollte immer das letzte Mittel sein. Ihr seid naiv, Lehrensucher. Vielleicht. Wenn ihr meint, der hier gehört mir. Ihr seid sehr stark, Jim. Also, ein richtiges Duell würde ich schon richtig abwürgen. Ah, ha, 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 ihr seid wahrlich gut. Es war mir eine Ehre, Lehrensucher. Naja, meine lieben Soccer-Junkies, lasst mir doch ein paar Tipps in die Kommentare, vielleicht welches Deck ich spielen sollte. Wenn ihr Bock auf mehr habt, höchstwahrscheinlich werdet ihr das Spiel auch denigst im Stream öfters mal sehen. Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ansonsten bewerten nicht vergessen und vielleicht lasst ihr auch ein Abo da, wenn ihr neu seid. Auf jeden Fall, ich hoffe ihr hattet euren Spaß, darauf kommt es nämlich an und ich bin euer Anubis und damit bin ich raus.